Saddam Husseins Truppen den Zusammenbruch der Sowjetunion aus. Eine von den Vereinigten Staaten angeführte Bündnisstreitmacht wird aufgestellt, um einen massiven Luftangriff gegen den Irak zu führen, wo schließlich die größte Bodenoffensive seit dem Zweiten Weltkrieg im Namen der befreien Kuwaits beginnt. Nach Erfüllung ihrer Mission beendet die internationale Koalition am 28. Februar 1991 plötzlich den Krieg gegen den Irak. Die letzten irakischen Soldaten werden vertrieben oder gefangen genommen. Es ist ein Sieg auf der ganzen Linie. Das über den Irak verhängte Embargo, das Saddam zum Rückzug aus Kuwait zwingen sollte, ist jedoch zehn Jahre danach noch immer in Kraft. Der Angriff hatte absolut nichts mit Freiheit und Demokratie zu tun. Man musste das Image der Guten aufrechterhalten. Also hielt man die Presse fern. Es ist eine Falle und der Irak ist hineingetappt. Die USA wollten diesen Krieg. Die Moskitos leisteten härteren Widerstand als sie. Ein großer Teil von Saddams Armee schließt ihn nach Kuwait vor. Es gab keine Panzerspuren im Wüstensand. Es gab keinen Krieg. Der Irak war wehrlos. Es ist ein Völkermord, Punkt. Sehr naiv zu glauben, dass das Embargo Saddam Hussein stürzen würde. Das Embargo stärkte Saddam Husseins Regime. Die CIA unterstützte Saddam Hussein und seine Bartpartei sogar. Vielleicht gibt es andere geheime Absichten, von denen ich nichts weiß. Wenn die Regierung gelogen hat, wen würde das überraschen? Um zu verstehen, warum dieses Embargo noch immer existiert und wie es überhaupt zum Golfkrieg kam, muss ein Blick zurück auf die Geschichte westlicher Präsenz im Nahen Osten geworfen werden. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts entdecken europäische und amerikanische Ölgesellschaften die ersten Ölfelder im Nahen Osten und beginnen mit der Ölförderung. Das Potenzial dieser Ölfelder sollte später insbesondere für das ölarme Europa eine bedeutende Rolle spielen. Die Gewinnspannen sind enorm, während der Anteil für die nahöstlichen Regierungen minimal bleibt. Öl von der Quelle kostet kaum mehr als Mineralwasser. Der Zweite Weltkrieg verändert die Lage. Trotz ihres Sieges über Nazi-Deutschland sind Frankreich und England stark geschwächt und verlieren allmählich die Herrschaft über ihre einstigen Kolonien. Im Nahen Osten gelangen neue Herrscher an die Macht. Monarchien, die nicht länger den Schutz der früheren Kolonialtruppen genießen, werden beseitigt und durch Volksaufstände gestürzt. Die Rolle der Briten und Franzosen im Nahen Osten übernehmen nun jedoch die großen Gewinner des Krieges, die Vereinigten Staaten von Amerika. Ungeachtet eigener Ölressourcen erkennen die Vereinigten Staaten die strategische Bedeutung des Öls im Nahen Osten, das es ihnen ermöglicht, die Sowjetunion in Schach zu halten, Westeuropa wieder aufzubauen und den industriellen Aufschwung Amerikas zu unterstreichen. Washington hofft auf eine Fortsetzung der billigen Ölbeschaffung wie in Vorkriegszeiten. Die neuen Regierungen im Nahen Osten haben jedoch andere Vorstellungen und lösen, als sie die Kontrolle über die Schätze ihrer Länder wiedergewinnen wollen, eine panische Kettenreaktion in Washington, Dondon und Paris aus. Es kommt zum Krieg gegen Ägypten, als Nasser sich des Suezkanals bemächtigt. Im Iran verstaatlicht Mossadegh die Ölfelder und verweist die britischen Ölgesellschaften des Landes. Später wird er durch einen Staatsstreich gestürzt, an dem die CIA nicht unbeteiligt ist und er den Schah zurück an die Macht bringt. Als im Irak General Abdel Karim Qassem die Herrschaft erlangt und die Ölfelder verstaatlicht, macht im Westen der Aufschrei Kommunismus die Runde. Saddam kam 1968 an die Macht. Der vorangegangene Putsch war das Ergebnis eines Ölgeschäfts zwischen dem Irak und dem französischen Unternehmen Irab. Dieser Handel verstimmte den Westen im Allgemeinen, insbesondere aber die Amerikaner, die als Konsequenz einen Staatsstreich im Irak unterstützten. Die Vereinigten Staaten verbindet, was gemeinhin nicht sehr bekannt ist, eine Art Hassliebe mit Saddam Hussein, die in die späten 50er und frühen 60er Jahre zurückreicht, als die CIA den Staatsstreich Saddam Husseins und seiner Bad Partei unterstützte, der ihn an die Macht brachte. Der Vizepremierminister und Anhänger der Bad Partei Al-Saadi hat in einem in Beirut veröffentlichten Buch geschrieben, dass wir, die Bad Partei, im Schlepptau der Amerikaner an die Macht gelangten. Das hat er geschrieben. Trotz seiner bereits wohlbekannten Skrupellosigkeit bleibt Saddam Hussein bis 1972 für den Westen der Gute. In jenem Jahr beschloss die OPEC, die Organisation erdölexportierender Länder, den Preis pro Barrel von 3 auf 22 Dollar anzuheben. Der Irak schließt sich dem an und verstaatlicht seine Ölfelder. Saddam wird von Washington daraufhin als unzuverlässig eingestuft und in Konsequenz als terroristischer Machthaber gebrannt magt. Die ganze Unterstützung der Vereinigten Staaten konzentriert sich nun auf den langjährigen Verbündeten in der Region, den Schah des Iran. Ab 1953 war der Schah 25 Jahre lang der Stadthalter der Vereinigten Staaten am Persischen Golf und dem Nahen Osten. Zwischen 1972 und 1976 verkauften ihm die Vereinigten Staaten Waffen im Wert von ungefähr 22 Milliarden Dollar. Der Schah war unser Mann. Die Hoffnung auf eine Vormachtstellung des Westens im Nahen Osten schwindet 1979, als der Schah durch den antiwestlichen Fundamentalistenführer Ayatollah Khomeini gestürzt wird. Zu jener Zeit wird Saddam Hussein für Washington erneut zu einer wichtigen Figur. Nach elf Jahren der Vizepräsidentschaft wird er Präsident. Worauf er im Zuge einer radikalen Säuberungsaktion seine Gegner beiseite schafft und den Iran ohne eine vorausgehende Provokation oder einen ersichtlichen Grund angreift. Das Stockholmer Institut für Friedensforschung hat festgestellt, dass 52 Länder Iran oder Irak mit Waffen beliefert und 29 Länder beide Seiten mit Waffen unterstützt haben. Dieselben Länder, die sagten, wie schrecklich der Krieg sei, benutzten diesen Krieg, um ihre Rüstungsindustrie anzukurbeln und einige ihrer neu entwickelten Waffen auszuprobieren. Unsere Beziehungen zur Regierung des Irak waren sehr begrenzt und zwar so begrenzt, dass für bestimmte Länder sowie für beide Parteien Waffenembargos galten. Waffenembargos, die die Vereinigten Staaten nicht verletzt haben. Die Vereinigten Staaten waren vielleicht die größten Heuchler unter den Ländern, die den Krieg mit Waffen versorgten, weil man zwar öffentlich die Position bezog, weder den Iran noch den Irak zu bewaffnen, insgeheim aber beide Seiten mit Waffen belieferte. Saddam Husseins Streben gilt jedoch der Entwicklung eigener, nicht konventioneller Massenvernichtungswaffen. Eine vom amerikanischen Kongress 1992 durchgeführte Untersuchung stellt einen nicht unerheblichen Beitrag Amerikas zur Verwirklichung dieses Ziels fest und belegt weiter, dass die CIA und das amerikanische Außenministerium umfassend informiert waren. Bereits in den 70er Jahren gaben Berichte Auskunft über den Umfang der irakischen Anstrengungen zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen und den wiederholten Einsatz von Chemiewaffen gegen iranische Truppen und kurdische Oppositionelle. 1988 hatten wir keine Ahnung davon, dass Saddam Hussein chemische Waffen gegen sein eigenes Volk einsetzen würde. Hätten wir es vorher gewusst, hätte unsere Politik damals sicher anders ausgesehen. Die US-Regierung sieht sich nun Fragen nach dem Sinn der enormen Kredite an den Irak ausgesetzt, die eigentlich zum Kauf amerikanischer Agrarprodukte gedacht sind, aber stattdessen zur Beschaffung von Hubschraubern, Panzerfahrzeugen, unverhältnismäßig hohen Mengen an Pestiziden, Bakterien und neueren Waffentechnologien verwendet werden. Unter dem Präsidenten Reagan und Bush schmettern das US-Außenministerium und das Weiße Haus jegliche Auskunftsgesuche des Kongresses und des Finanzministeriums systematisch ab. Von umfangreichen Waffenkäufen bis zur Entwicklung kostspieliger Rüstungsprogramme hat es Saddam Hussein geschafft, den einst reichen Irak zu ruinieren. Am Ende seines Krieges gegen den Iran 1988 steht das Land mit 40 Milliarden Dollar in der Kreide. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als der Irak ab 1988 verzweifelt versucht, seine Gewinne aus der Erdölförderung zu maximieren, beginnt sich eine weitere Krise abzuzeichnen. Die OPEC sichert die Stabilität des Erdölpreises durch eine Begrenzung der Fördermengen eines jeden OPEC-Mitgliedlandes. Nach dem Ende des irakisch-iranischen Krieges erhöhte Kuwait 1989 seine Fördermengen plötzlich um 20 Prozent und löste damit einen Preisverfall für Erdöl auf dem Weltmarkt aus. Als Folge des kuwaitischen Produktionsanstiegs verlor der Irak fast ein Drittel seiner Erdöleinnahmen und das zu einer Zeit, in der der Irak verzweifelt Geld brauchte. Für die Irakis war es, als würde Kuwait ihnen in den Rücken fallen. Vom Westen begrüßt, trifft dieser Schritt Kuwaits sowohl die Wirtschaft als auch den Stolz Iraks. Denn die Irakis haben nicht vergessen, dass Kuwait vor der Abtrennung durch die Briten 1928 zu ihrem Territorium gehörte. Während der folgenden Monate eskalieren die Spannungen bis zu einem Punkt, an dem Saddam Hussein Kuwait öffentlich droht. Angesichts der Tatsache, dass Kuwait einer der wichtigsten Erdöldifferanten des Westens ist, fällt die offizielle Reaktion des US-Außenministeriums auf das Säbelrasseln Husseins ziemlich überraschend aus. Indirekt ermutigten die Amerikaner Saddam Hussein dazu, in Kuwait einzumarschieren. Wenn aber die Stabilität im Nahen Osten tatsächlich ein für alle erstrebenswertes Ziel ist, warum hat dann der Westen einen solch brutalen Diktator wie Saddam Hussein mit Krediten, Waffen und moderner Technologie bedient? Und warum hat das US-Außenministerium Saddam wiederholt signalisiert, dass es kein Verteidigungsabkommen mit Kuwait gäbe? Es dürfte niemanden überraschen, dass wir am Ende eines Krieges, um die daraus resultierende Bedrohung für die Region zu verringern, beide Seiten in eine produktivere Richtung zu lenken versuchten. Also auch den Irak. Ich sage nicht, dass die irakische Invasion Kuwaits etwas ist, mit dem irgendein arabisches Land einverstanden sein kann. Das nicht. Aber die Art der Umstände und die Ereignisse vor der Krise legen uns allen den Schluss nahe, dass Pläne existiert haben müssen, um den Irak in diese Situation zu bringen. Es war eine Falle und der Irak ist unglücklicherweise hineingetappt. Überzeugt davon, dass die US-Regierung nicht eingreifen wird, marschiert Saddam Hussein am 2. August 1990 in Kuwait ein. Während amerikanische Regierungsvertreter öffentlich ihre Bestürzung und Überraschung zum Ausdruck bringen, ist man im Pentagon bereits für Gegenmaßnahmen gerüstet, denn genau diese Situation hat man schon Monate vor dem irakischen Angriff auf Kuwait durchgespielt. In einer Militärsimulation mit Namen Internal Look probten wir unsere Leistungsfähigkeit für dieses bestimmte Szenario. Nicht zuletzt, um eventuell bestehende Kommando- und Grundsatzprobleme aufzuzeigen, die zwischen der Luftwaffe, der Marine und den anderen Streitkräften existieren könnten. Und während dieser Übung entwickelte sich die Krise am Golf. Alle Offiziere erzählten uns während der Trainingsphase von Truppenzusammenziehungen und davon, dass der Irak möglicherweise in Kuwait einmarschieren und Kuwait angreifen könnte. Und sie sagten uns, wir sollen darauf vorbereitet sein, weil die Situation ernst sei. und dass sie dies schon seit ungefähr zwei Jahren wüssten. Es war also bereits einiges im Gange. Sie wussten, dass sie wahrscheinlich eingreifen würden und bereiteten uns auf die Operation Wüstensturm vor. Nur wenige Stunden nach Saddams Einmarsch werden sämtliche irakische Bankkonten in den Vereinigten Staaten eingefroren. Und noch bevor sich die Vereinten Nationen beraten können, beginnt die US-Marine mit der Errichtung einer Blockade vor der irakischen Küste. Einige Tage später fliegen Delegationen des amerikanischen Außen- und Verteidigungsministeriums nach Riyadh, um die saudische Regierung davon zu überzeugen, dass die irakischen Truppen eine echte Bedrohung der Grenzen Saudi-Arabiens darstellen. In der offiziellen Pressemitteilung ist von Satellitenaufnahmen die Rede, die den Saudis als Beweis für die Verdichtung irakischer Truppen an der saudischen Grenze vorgelegt werden. Das Verteidigungsministerium hat nie Fotos veröffentlicht, die das belegt hätten. Ich bezweifle, dass es sie überhaupt gibt. Im Januar 1991 veröffentlicht die St. Petersburg Times gemeinsam mit dem US-Fernsehsender ABC einen Bericht, der sich auf die Bilder eines Nachrichtensatelliten stützt, die zum Zeitpunkt des Einmarschs von Saddam über Saudi-Arabien und Kuwait gemacht worden waren. Der Flughafen der kuwaitischen Hauptstadt schien verlassen zu sein, was nicht sein konnte. Um eine Viertelmillion Soldaten zu versorgen, wären aber große Mengen an Lebensmitteln, Ausrüstung und Treibstoff für die Panzer erforderlich gewesen. Es gab keine Panzerspuren im Wüstensand und die hätten nicht einfach verweht worden sein können. Denn auf Satellitenbildern sind selbst heute noch Spuren im Sand der nordafrikanischen Wüste zu erkennen, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Ich war mit dem Pressesprecher des Verteidigungsministeriums persönlich bekannt und sagte ihm, Sie wissen, wer ich bin. Wir kennen uns schon lange. Lassen Sie mich in Ihr Büro kommen und einen Blick auf ein Paar der Satellitenaufnahmen des Geheimdienstes werfen. Geben Sie mir den Beweis dafür, dass ich Unrecht habe. Ich muss die Bilder nicht aus dem Gebäude tragen. Ich muss sie nicht kopieren. Beweisen Sie uns, dass wir uns irren und wir werden diesen Bericht nicht bringen. Aber er weigerte sich. Jeder, der diese Geschichte und die Satellitenbilder kannte, ist zu der Überzeugung gelangt, dass die Regierung die Saudis und die Welt belogen hat, damit man sie bitten würde, in den Nahen Osten zu kommen und die Unschuldigen zu schützen. Und was sagt das über die Regierung? Wenn die Regierung tatsächlich gelogen hat, wen würde dies überraschen? Aber wenn die US-Regierung die Saudis tatsächlich über die irakische Bedrohung ihrer Grenzen täuschte, welchen Zweck verfolgte sie damit? Seit dem Zweiten Weltkrieg hatten US-Regierungen zahllose Versuche unternommen, die Saudis davon zu überzeugen, ihre überwiegend dem christlichen Glauben angehörenden Soldaten im Heiligen Land Mekas zu dulden, angeblich zum Schutz Saudi-Arabiens. In Wahrheit jedoch um die riesigen Ölfelder des Landes zu sichern. Ein Ansinnen, das seit der Erhöhung des Erdölpreises durch die OPEC in den frühen 70er Jahren nur noch an Bedeutung gewonnen hat und durch den berühmten Ausspruch von Außenminister Kissinger, dass Öl zu wichtig sei, um es den Arabern zu überlassen, auf den Punkt gebracht wurde. Über die Welt verteilt gab es Schwerpunkte, die sich in Militärkommandos widerspiegelten. Für die Situation in Europa war das die NATO, für den pazifischen Raum gab es ein Pazifik-Kommando und für den Atlantik ein Atlantik-Kommando. Für bestimmte Regionen der Welt gab es dies jedoch nicht und der Nahe Osten war eine solche Region. Das Problem war, dass kein arabisches Land eine große US-Militärbasis auf seinem Gebiet haben wollte. 1990 versuchte die Regierung Bush, die Saudis, davon zu überzeugen, dass die Bedrohung durch die Irakis real war, weil wir nicht in ihr Land konnten. Die Alliierten, die Franzosen, die Amerikaner und die anderen konnten ohne Ersuchen der Saudis nicht in das Land. Die Saudis mussten sich bedroht fühlen, um die Alliierten um Schutz zu bitten. Am 7. August 1990 akzeptiert die saudische Regierung offiziell das beharrliche Schutzangebot Washingtons. Bereits am folgenden Tag beginnt die US-Militärmaschinerie einzufliegen, ohne dass der Kongress davon informiert worden war. Innerhalb weniger Monate werden mehr als eine halbe Million amerikanische Soldaten in Saudi-Arabien stationiert. Nachdem die Saudis erfolgreich überredet worden sind, müssen nun die amerikanische Öffentlichkeit und die Welt davon überzeugt werden, dass die Bedrohung wirklich existiert und dass dies den Aufbau einer gigantischen US-Militärpräsenz in Saudi-Arabien rechtfertigt. Inzwischen steigt im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York der Druck, eine diplomatische und friedliche Lösung für die Krise zu finden. Andere denken jedoch doch bereits an Krieg. Der UN-Generalsekretär Peres Zequelya fliegt höchstpersönlich zu einem Treffen mit dem irakischen Präsidenten Saddam Hussein nach Bagdad. Er kann ihn jedoch nicht davon überzeugen, dass die internationale Staatengemeinschaft ihre Drohung wahrmachen würde, sollte er in Kuwait bleiben. Auf die fehlgeschlagene Mission reagiert man bei seiner Rückkehr nach New York jedoch nicht nur mit Verzweiflung und Enttäuschung. Saddam Hussein hatte den Willen angedeutet, einen Kompromiss zu finden und seine Truppen abzuziehen. Auch den arabischen Staaten wurde die Möglichkeit eingeräumt, sich zu beraten. Allerdings gab ihnen Präsident Bush hierfür nur 48 Stunden Zeit. Ich denke, dass die Amerikaner nach dem Einmarsch keine diplomatische Lösung mehr wollten. Als die USA die Zustimmung des UN-Sicherheitsrats für den Krieg anstrengten, stimmte der Jemen gegen die Resolution. Kaum hatte der Botschafter Jemen seine Hand gesenkt, war auch schon ein Vertreter der USA bei ihm und ließ ihn wissen, dass dies die teuerste Nein-Stimme gewesen sei, die er je abgeben würde. Drei Tage später sprichend die USA ihr Hilfsbudget an die Jemen, das ärmste Land in der arabischen Welt. Angetrieben von der Delegation der Vereinigten Staaten verabschiedet der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 29. November 1990 die Kriegsresolution und setzt als Stichtag den 15. Januar. Jetzt würde es kein Zurück mehr geben. Es waren die USA selbst, die die Entscheidung trafen, dass die Golfkrise, die durch den widerrechtlichen irakischen Einmarsch in Kuwait ausgelöst worden war, nicht auf diplomatischen, sondern nur auf militärischem Angege zu lösen sei. Die Vereinigten Staaten wollten diesen Krieg. Irak und ihre Leiter müssen für diese Gräume von Abuse und Destruktion sein. Am 17. Januar 1991 bricht um 3 Uhr morgens irakischer Zeit die Hölle über Bagdad herein. Die geballte Feuerkraft der Koalition, die während der vergangenen fünf Monate unter Federführung der Vereinigten Staaten zusammengezogen worden war, stellt ihre ungeheure Schlagkraft unter Beweis. Fernsehsender auf der ganzen Welt zeigen Bilder einer angeblich narrensicheren, höchst präzisen Aktion, deren gezielte Bombardements, wie man behauptet, ausschließlich militärische Ziele der Irakis treffen. Im Golfkrieg entschied das Militär die Presse fernzuhalten, also wurde die Presse ferngehalten und man wusste nicht, was eigentlich vor sich ging. Eine typische Aussage der US-Militärs zum Beispiel war, dass die Bombardierung des Iraks auf den Punkt genau gewesen sei. Nichts entspricht jedoch weniger der Wahrheit. 110.000 Lufteinsätze, 88.500 Tonnen Bomben, 7,5 Mal so viel wie in Hiroshima in 42 Tagen, die Wahllosigkeit der Bombardements war offensichtlich. Ihnen fehlen wahrscheinlich 150.000, vielleicht 200.000 Menschen zum Opfer. Die Bombardierungen belegen ohne jeden Zweifel, dass die Vereinigten Staaten die Zerstörung der wirtschaftlichen Versorgung des irakischen Volkes vorsätzlich planen. Wasser zum Beispiel, Staudämme wurden zerstört, Pumpstationen, Pipelines, Filteranlagen zur Trinkwasserbereitung, um es ohne Gefahr für die Gesundheit trinken zu können. Bei der Nahrungsversorgung attackierte man systematisch die Transportkette von einem Ende des Landes zum anderen. Die gesamte Stromversorgung wurde innerhalb von Stunden lahmgelegt. Das gesamte Kommunikationssystem, der Verkehr, man bewies, dass man ein Land durch Marschflugkörper und Luftangriffe zerstören und seiner lebenswichtigen Versorgungssysteme berauben konnte, ohne dieses Land überhaupt je betreten zu müssen. Am 23. Februar 1991 marschieren die alliierten Bodentruppen in Kuwait ein. Ihre Offensive dringt schnell und tief in Kuwait vor, ohne dabei auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Vom irakischen Militärmonstrum ist weit und breit keine Spur und die tatsächlich noch in Kuwait verbliebenen Truppen sind schlichtweg kein Gegner für die moderne Armee der Alliierten. Als wir in Kuwait einmarschierten, rechneten wir mit dieser fünf Millionen Mann starken Armee, aber was wir antrafen, sah eher wie ein rote Zwergpinscher aus. Die Moskitos leisteten härteren Widerstand als sie. Wir wussten, dass wir weitaus besser ausgerüstet waren als sie. Das waren einfach ganz normale Leute. Wenn jemand an der Haustür klopft und sagt, entweder kämpfst du gegen die Amerikaner oder ich bringe deine Familie um, dann sagt man natürlich, gib mir das Gewehr. Diese Kerle wussten noch nicht einmal, wie sie ihre Waffen abzufeuern hatten. Wenn man ihnen die AK-47 abnahm, war die voller Sand. Was sollte das alles? Als sich Ende Februar 1991 der aufgewirbelte Wüstensand der Alliierten Bodenoffensive wieder zu setzen beginnt, ist zur großen Überraschung nichts von der mächtigen irakischen Armee zu sehen, von der Washington zuvor berichtet hatte. Mitte September hatte die Regierung Bush von 250.000 irakischen Soldaten und 1.500 Panzern gesprochen, die an der saudischen Grenze zusammengezogen wurden. Ich sage nicht, dass keine Soldaten da waren. Die Menschen, die aus Kuwait flohen, kamen an irakischen Soldaten vorbei. Es gab sie also, nur wahrscheinlich nicht in einer Größenordnung, die eine Gefahr für Saudi-Arabien hätte bedeuten können. Vergessen Sie nicht, ein Großteil von Saddams Armee stieß nie nach Kuwait vor. Er hielt starke Truppenverbände an der Grenze zum Iran und in der Hauptstadt zurück, insbesondere seine republikanische Garde. Die nächste Überraschung folgt am 28. Februar 91 mit der Verkündigung eines Waffenstillstands, während die alliierten Streitkräfte bereits tief in den Irak vorstoßen. Die Marines nahmen ganz Kuwait in weniger als 24 Stunden ein. Die Armee drang vom Süden Iraks vor und nahm diesen innerhalb von 24 Stunden ein. Dann war plötzlich Schluss und alle fragten sich, warum haben wir Saddam nicht geschnappt? Man hatte das Gefühl, seinen Job angefangen, aber nicht zu Ende gebracht zu haben. Es war eine halbe Sache. Das US-Militär hätte in weniger als 24 Stunden in Bagdad einmarschieren können. Es war eine politische Entscheidung, dies nicht zu tun. Zwei Tage vor der Waffenstillstandserklärung Washingtons tauchte am 26. Februar 1991 ein neuer Aspekt in der Irak-Frage auf. Ein Großteil der irakischen Bevölkerung war nach zwölf Jahren der grausamen Diktatur überdrüssig und hatte den Aufstand wegen das Regime in Bagdad begonnen. Die Meldung wurde den Medien vorenthalten, da die Bush-Regierung nicht den Anschein erwecken wollte, sie würde den Krieg beenden, um Saddam Husseins Regime zu schonen. Bewaffnete Demonstranten begannen sich in den Straßen zu versammeln und ihrer Zerstörungswut freien Lauf zu lassen. Und Bush muss in jenem Moment der Gedanke gekommen sein, wir müssen den Krieg beenden. Damit überraschte er wohl auch General Colin Powell, als er ihm am 27. Februar sagte, lassen Sie uns den Krieg jetzt beenden. Und er tat es, trotz der Einwände von Schwarzkopf. Wenn wir damals noch ein, zwei Tage Zeit bekommen hätten, hätten wir die irakische Armee vernichtend geschlagen. Als man mich das erste Mal aus Washington anrief und mich nach meinen Plänen fragte, sagte ich, wir planen die Operation fortzusetzen. Anfang März 1991 beginnt sich die Rebellion über den ganzen Irak auszubreiten. Die überraschende Reaktion der Bush-Regierung darauf ist die Unterstützung von Saddams Regime. Was in Safwan passierte, die umfangreichen Zugeständnisse, die General Schwarzkopf den Irakis bei ihrem Treffen am 3. März in Safwan an der Grenze zu Kuwait machte, als er ihnen gestattete Hubschrauber und sogar bewaffnete Hubschrauber zu benutzen, legte den Schluss nahe, dass irgendein Handel existierte. Ich sagte, ja, sie können ihre Hubschrauber fliegen. Hubschrauber, die später gegen die Rebellen im Norden eingesetzt wurden. Die Amerikaner stellten die Kämpfe ein. Sie erklärten einen unerwartet frühen Waffenstillstand, um den Irakis die Möglichkeit zu geben, die Rebellion im Süden niederzuschlagen. Während der nächsten zwei Jahre gab es keinen nennenswerten Versuch, das irakische Regime in Bagdad zu stürzen. Und es fanden auch keine amerikanischen Angriffe statt, obgleich es viele Gründe dafür gegeben hätte. Präsident Bush drohte so oft mit einem erneuten Krieg, weil der Irak sich nicht an die Abmachung der UN-Resolution 687 hielt. Richtige Kämpfe gab es jedoch nicht. Der Krieg fand nicht statt. Zehn Jahre danach ist der Triumph zu einer sehr zweifelhaften Angelegenheit geworden. Schon vor Langem haben die irakischen Truppen Kuwait verlassen. Die von den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen gegen den Irak sind jedoch nach wie vor in Kraft. Der Preis, den die irakische Bevölkerung zu zahlen hat, ist erschütternd. noch nie sind gegen irgendein Land ähnlich rigorose und streng überwachte Sanktionen verhängt worden, wie die gegen den Irak. Saddam Hussein ist ein Aspekt, aber das, was dem irakischen Volk widerfährt, ist etwas völlig anderes. Das irakische Volk verhungert, die Menschen sterben. Jeder von uns hat Kinder oder Familienmitglieder verloren. Nicht ein Iraki kann sagen, er habe niemanden verloren, keiner von uns. 1990 betrachtete man Wirtschaftssanktionen wohl als gute Alternative zu militärischen Aktionen. Inzwischen sind sie jedoch seit mehr als neun Jahren in Kraft. Die Auswirkungen für das irakische Volk werden von vielen von uns einem Völkermord gleichgesetzt, weil die Wirtschaftssanktionen, die den Zerstörungen während des Golfkriegs durch die Amerikaner und den anderen folgten, möglicherweise eineinhalb Millionen Irakis, darunter vor allem Kindern, das Leben gekostet haben. Die Aufrechterhaltung dieser Sanktionen sind eine Verletzung der Genfer Konvention zum Schutz von Kriegsopfern. Denn wie wir alle wissen, darf die Zivilbevölkerung weder das Ziel von Angriffen noch das Ziel von Wirtschaftssanktionen sein. 1991 verabschiedeten die Vereinten Nationen eine Resolution, die die Auswirkungen der Sanktionen für die Bevölkerung mildern sollte. Die Idee hinter dem Erdöl- für Lebensmittelprogramm war, dass der Irak einen bestimmten Betrag seiner Erdöleinnahmen für die Bedürfnisse des irakischen Volkes verwenden durfte. Zu Beginn kam es zu Situationen, die an eine schwarze Komödie erinnerten. Es gab ein Unternehmen, das einen Vertrag für die Lieferung von Eiern hatte. Dieser Vertrag wurde zwecks Genehmigung weitergeleitet. Der amerikanische Delegierte jedoch stoppte ihn, wie es scheint, ohne einen Blick darauf geworfen zu haben, und verlangte Auskunft über die Endnutzung für dieses Produkt. Unsere Antwort darauf lautete, man kocht oder brät sie und isst sie. Es sind Eier. Meiner Ansicht nach hat das Öl für Lebensmittel Programm versagt, weil es an den Bedürfnissen des irakischen Volkes vorbeiging. Als Konsequenz sehen wir nach wie vor das Problem der Unterernährung und vor allem die hohe Säuglings Sterbeziffer. Bei diesem ein Jahr alten Baby einem kleinen Mädchen mit Namen Amel Salem diagnostizierten wir eine Lungenentzündung. Wir konnten ihr jedoch nicht das geeignete Antibiotikum geben und daher ist sie gestorben. Es fehlt uns vor allem an wirkungsvollen Antibiotika. Hier hätten wir sie gebraucht. Wir hegen gegen das irakische Volk keinerlei Feindschaft oder Hass. Unser Problem ist die Regierung im Irak. Was denken sich die Vereinten Nationen und die Amerikaner Sanktionen auf Arzneimittel zu verhängen? Nur Verrückte würden so etwas tun. Ich meine es handelt sich um Arzneien. Was soll die Mehrfachnutzung denn sein? Sollen aus ein paar Tabletten vielleicht Atombomben gebaut werden? Ich möchte klarstellen, dass die Sanktionsresolutionen des Sicherheitsrats allein den Zweck verfolgten, eine erneute Bedrohung des Friedens und der Sicherheit durch den Irak auszuschließen. Wir fanden heraus, inwieweit die Irakis in der Lage waren, chemische Waffen, biologische Waffen, ballistische Raketen und Kernwaffen zu produzieren. Die Infrastruktur, die der Irak zur Herstellung dieser Waffen nutzte, ist weitgehend demontiert, zerstört oder unter die Kontrolle der Waffeninspektoren gestellt worden. Wir hatten also eine recht gute Vorstellung davon, was übrig bleiben sollte. Und das war nicht sehr viel. Und dennoch haben die USA die Forderungen ständig höher geschraubt und gesagt, es reiche nicht aus, wenn die Bedingungen hinsichtlich der Massenvernichtungswaffen erfüllt würden, anstatt zu sagen, wenn ihr euch an die Bedingungen in der UN-Resolution haltet, werden die Sanktionen aufgehoben, lautete die Botschaft der USA, es spielt keine Rolle, ob ihr euch daran haltet oder nicht, wir werden die Sanktionen sowieso nicht aufheben. Anfänglich war die Anscom, die Chemiewaffen Inspektionskommission im Irak, ein legitimes Mittel, um bedenkliche Waffen aufzuspüren und zu vernichten. Man war schon fast bereit, die Arbeit der Anscom zu beenden und den Irak als sauber zu betrachten, als Richard Butler anhand wurde. Er rollte viele der bereits als gelöste achteten Fragen erneut auf und schien der Untersuchungsarbeit wahrscheinlich mit Unterstützung der Vereinigten Staaten eine neue Wendung zu geben. Leider machte das Vorgehen des Anscom-Exekutivsekretärs im Zusammenspiel mit der Regierung der Vereinigten Staaten, die Anscom für Manipulationen anfällig, die außerhalb der vorgegebenen Richtlinien lagen. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien benutzten die Anscom als Auslöser für Militäraktionen. Sie benutzen die von den Waffeninspektoren zusammengetragenen Informationen, um Angriffsziele auszukundschaften. Das ist eine unbestrittene Tatsache. Und die Anscom ist dadurch als Organisation diskreditiert worden. Es ist richtig, dass eine Inspektionseinrichtung dieser Art politisch manipuliert werden und den aggressiveren Mitgliedstaaten als Rechtfertigung für weitere Militäraktionen dienen kann, was ja in gewisser Weise auch fast jeden Tag passiert, wenn britische und amerikanische Flugzeuge den Irak bombardieren. Die Amerikaner behaupten, die Bomben auf irakische Radarstationen zu werfen, was nicht stimmt. Sie bombardieren die Infrastruktur, die Wohnhäuser. Es gibt keinen Tag, an dem keine Bomben auf den Irak fallen. Aber darüber berichten die Medien nicht. Der Grund, warum man meiner Meinung nach in den ausländischen Medien nichts davon sieht, ist, dass die Meldung zu klein geworden ist. Es interessiert nicht mehr so sehr wie früher. Am 17. Januar 1993 ließ Bush 42 Raketen abschießen. Eine davon traf das Al-Rashid-Hotel, als ich mich gerade dort aufhielt. Die Luftangriffe, die sie ansprechen, sind verteidigender Natur. Seit 1991 gibt es im Norden des Iraks eine Flugverbotszone. Diese wurde eingerichtet, nachdem das irakische Regime den Exodus von mehr als einer halben Million kurdischer Bewohner des nordlichen Irak erzwang. Mit der von den Vereinten Nationen verabschiedeten Resolution 688 wurde dies verurteilt, worauf eine Flugverbotszone im Norden verfügt wurde. In keiner UN-Resolution ist von der Einrichtung von Flugverbotszonen im Norden und Süden Iraks die Rede. Die Vereinigten Staaten haben sie verfügt und gemeinsam mit den Briten für deren Beibehaltung gesorgt. Die Folge davon ist, dass die Zivilbevölkerung im Norden und Süden, deren Leben durch die Einrichtung dieser Flugverbotszonen angeblich geschützt werden soll, tatsächlich ihr Leben verliert. Und zwar nicht durch irakische Soldaten oder Flugzeuge, sondern durch fehlgeleitete amerikanische Bomben. Sie sind es, die heute die irakische Zivilbevölkerung in den Flugverbotszonen im Norden und Süden töten. Zu den überaus bitteren Lehren dieser Jahre des sowohl wirtschaftlichen wie auch militärischen Krieges gegen den Irak gehört die Erkenntnis, dass den Regierungen, die im Sicherheitsrat sitzen, humanitäre Überlegungen einfach nicht genügen, um die Politik zu beeinflussen. Es gibt jenes berüchtigte Zitat von Madeleine Albright aus dem Jahr 1996, die, als sie nach ihrer Meinung zu der damaligen Zahl von einer halben Million toten Kinder befragt wurde, die aufgrund der Sanktionen sterben mussten, nach einem kurzen Moment des Überlegens nur sagte, alles in allem denken wir, dass es das wert ist. Im Fernsehmagazin 60 Minutes wurde am 12. Mai 1996 unter dem Titel Strafe für Saddam jene Entgleisung der Außenministerin Madeleine Albright über die Bildschirme ausgestrahlt. Unter politischem Druck hat der Sender CBS dies seither zensiert. Aber wenn es dem Preis tatsächlich wert ist, wie Madeleine Albright erklärt hat, wer bezahlt an diesen Preis? Und wofür? Ist es wirklich ein Versuch, Saddam Hussein zum Rücktritt zu zwingen, wie die US-Regierung behauptet? Das Gesetz zur Befreiung des Iraks ist ein weiterer Ausdruck unserer Sorge über das Regime, das in Bagdad herrscht. Die Vereinigten Staaten sind der Auffassung, dass die Situation im Irak ungleich besser aussähe, wenn Saddam Hussein nicht mehr an der Macht wäre. Das vom Kongress verabschiedete Gesetz soll hierfür die Unterstützung und die Mittel sichern. Laut diesem Gesetz ist man bereit, der irakischen Opposition Ausrüstung für nicht-militärische Zwecke zur Verfügung zu stellen, wobei man an Computer, Mobiltelefone, Schreibtische und so weiter denkt. Ich denke aber nicht, dass man Saddam Hussein mit Computern und Mobiltelefonen von der Macht wird vertreiben können. In anderen Teilen der Welt hat es Washington nie an Ideen oder Methoden gefehlt, wenn es darum ging, Regierungen loszuwerden, die man als feindselig erachtete. Als wir 1992 den irakischen Nationalkongress ins Leben riefen, verfolgten wir den Plan eines Aufstands, den nationalen Widerstand gegen das Regime. Im April 1995 begannen wir mit den Militäraktionen, aber die Amerikaner waren wieder einmal nicht gewillt, diesen Aufstand zu unterstützen, sodass Saddam ihn schließlich niederschlagen konnte. Bis heute ist Saddam Hussein Washingtons liebster Bösewicht, durch den sich der anhaltende Druck auf den Irak und die gesamte Golfregion rechtfertigen lassen. Man glaubte, dass die Sanktionen zum Sturz Saddam Husseins führen würden, eine sehr naive Vorstellung, denn die Wirtschaftssanktionen und deren Auswirkungen haben ihn noch gestärkt. Warum das Embargo das Regime Saddam Husseins stärkte? Zunächst einmal, weil die bloße Existenz der Menschen von der Regierung abhing. Er kontrollierte die Menschen durch deren Hungersnot. Wichtiger jedoch war, dass das Embargo eine neue Kaste heranzüchtete, die in seinem Umfeld sehr bequem lebte. Menschen, die hundertmal so viel verdienten wie ein Arzt. Und warum? Weil sie Teil des Sicherheitssystems waren und daher gut genährt und komfortabel untergebracht werden mussten. Er schuf eine Machtbasis, die aus Menschenbestand, deren alltägliche Bedürfnisse aufs Ängste mit ihm verknüpft waren. Und sollte er gehen müssen, würden sie all ihre Privilegien verlieren. Die Sanktionen haben Saddam Hussein den Machterhalt gesichert. Und in der Welt gibt es nicht wenige, die genau dies für das Ziel der amerikanischen Politik halten. Dank der sogenannten Bedrohung durch Saddam Hussein konnten die Amerikaner Waffen im großen Stil an den Golf, an Israel, an Ägypten und an Saudi-Arabien verkaufen. Nach dem Golfkrieg haben die amerikanische Rüstungsindustrie und das Pentagon jeden Monat Waffen im Wert von ungefähr einer Milliarde Dollar in den Nahen Osten verkauft. 1990 beliefen sich die Geldreserven der Erdöl produzierenden Länder auf hunderte Milliarden Dollar. Heute haben sie wahrscheinlich hunderte Milliarden Dollar Schulden. Saddam ist dem Pentagon aber auch noch für ein viel konkreteres Ziel von Nutzen. Die Vereinigten Staaten benötigten eine Rechtfertigung, um in der Region zu bleiben. Ziel war es, eine große Militärpräsenz aufrecht zu erhalten, die die natürlichen Ressourcen der Region schützen und kontrollieren sollte. Der Wunsch wurde von den Menschen in Saudi-Arabien nicht unbedingt mit Wohlwollen aufgenommen, weil man die US-Truppen nicht wirklich im Land haben wollte. Saddam wurde daher die Rolle des ewigen Dämons zugewiesen, der die Präsenz der amerikanischen Friedensengel in dieser Region rechtfertigte. Nach dem Golfkrieg haben sich Stützpunkte wie King Khaled Military City, welcher nur als vorübergehende Einrichtung gedacht war, zu einer Art Brückenkopf für mögliche langfristige US-Militärstützpunkte in Saudi-Arabien und im Nahen Osten entwickelt. Inzwischen befinden sich regelmäßig tausende US-Soldaten in Saudi-Arabien. Und sofern es keinen Regimewechsel gibt, könnte dieser Stützpunkt durchaus zu einer Dauereinrichtung werden. Von fast allen westlichen Medien als überwältigender Sieg verkündet, haben der Golfkrieg und die ihm folgende Krise die Vereinigten Staaten tatsächlich zu Gewinnern auf ganzer Linie werden lassen. Sie bescherten ihnen nicht nur gigantische Waffenverkäufe von einem nie dagewesenen Ausmaß, sondern verschafften ihnen auch die lang ersehnten, permanenten Militärstützpunkte in Saudi-Arabien, durch die sie eine bessere Kontrolle des Ölflusses und eine leichtere Einflussnahme auf dessen Preis besitzen. Zu den großen Verlierern hingegen zählt die irakische Bevölkerung, die noch immer unter einer Diktatur mit stalinistischen Zügen leidet und einen allmählichen Hungertod stirbt. Verlierer sind jedoch nicht nur die Menschen im Nahen Osten. Einige Opfer des Golfkriegs befinden sich mitten unter den mutmaßlichen Gewinnern des Krieges. 1991 waren die meisten Amerikaner sehr froh darüber, dass der Golfkrieg ein scheinbares Ende gefunden hatte. Es war ein schneller entschlossener Sieg und hunderttausende US-Soldaten konnten nach Hause zurückkehren, um ihn zu feiern. Einige Monate später jedoch stellten sich bei tausenden amerikanischen Kriegsteilnehmern gesundheitliche Probleme ein. Die klagten über schmerzende Gelenke und über Gedächtnislücken, sie waren anfällige für Krankheiten, bekamen Hautausschläge. Es gab keine Erklärung dafür. Was die Art der von den Alliierten im Golfkrieg eingesetzten Waffen angeht, so kam der erste Hinweis von den Soldaten selbst, und zwar sowohl von den britischen als auch von den amerikanischen Soldaten. Sie klagten über Symptome, die mit dem Golfkrieg und den verwendeten Waffen in Zusammenhang standen. Und bis man dies ernst nahm, hat es sehr lange gedauert, denn es existierte eine Mauer des Schweigens. Die erste Reaktion des US-Militärs und der US-Regierung war, zu leugnen, dass es irgendwelche Probleme mit dem Gesundheitszustand der amerikanischen Kriegsteilnehmer gab. Man musste das Image der Guten aufrechterhalten, nämlich das der Alliierten und das des Bösewichts, welcher Saddam war. Saddam Hussein war es, der chemische Waffen einsetzen und der sein eigenes Volk und die Welt mit solchen Waffen angreifen würde. Es würde kein sehr vorteilhaftes Licht auf die Alliierten werfen, wenn nun herauskäme, dass sie selbst solch gefährliche Waffen eingesetzt hatten. Während der 70er und 80er Jahre begann das Pentagon unter strengster Geheimhaltung mit Experimenten für neue, höchst wirkungsvolle Geschosse, die aus dem schwersten, härtesten und am leichtesten zu beschaffenen metallischen Stoff bestanden. Ein Material, das sofort und ohne kostspieligen oder aufwändigen Abbau zur Verfügung stand und das sich im Überfluss im Besitz des amerikanischen Energieministeriums befand. Uranabfall. Das amerikanische Energieministerium sowie andere Nationen besitzen gewaltige Abfallberge und mussten eine Verwendung dafür finden. Munition aus abgereicherten Uranen kam im Golfkrieg erstmals zum Einsatz. Es sind Geschosse, die alle bis heute bekannten Materialien durchdringen und durch dickste Panzerschichten schlagen, als wären diese aus Butter. Und die Kehrseite? Die Geschosse sind radioaktiv, enthalten Spuren von Plutonium, des giftigsten Metalls der Erde und ihre Reste bleiben noch etwa viereinhalb Milliarden Jahre radioaktiv. Abgereichertes Uranium ist höchst gefährlicher Giftmüll. Er setzt sich zum Beispiel in Knochen fest, in den Lungen, in der Leber, in den Nieren, aber auch in den Muskeln und in den Hoden. Und noch etwas, und das ist kein Experiment an Ratten. Abgereichertes Uranium wandert von einer Mutter über die Plazenta in den Fötus. All dies ist hinlänglich bekannt. Das Pentagon versucht jedoch angesichts seines übermächtigen Wunsches, seiner Leidenschaft Munition aus abgereichertem Uran zu verwenden, die medizinischen Forschungsergebnisse über dessen hochgradig giftige Auswirkungen zu unterdrücken. Ich könnte überprüfenen, die erste Angelegenheiten aus dem Thema. Das ist ein von Juli 1990, wo sie sagen, dass die größte Individuen sind, die Soldaten auf die Wunschung, nach D.U. Rounds sind gespielt. Sie sagen, dass die Soldaten und die Soldaten verletzungen von D.U. Was das Militär den Soldaten verschwieg war, dass die von unseren Flugzeugen und unseren Panzern während des Golfkriegs benutzte Munition aus dieser hochgiftigen radioaktiven Substanz bestand. Da wir keine Ahnung davon hatten, dass radioaktiver Abfall als Munition verwendet wurde, hoben die Leute herumliegende Sachen, alles was sie finden und als Kriegstrophäe einstecken konnten, einfach auf. Hätten sie es gewusst, hätten sie die Sachen niemals angerührt. Nach bestätigten Angaben haben mehr als 436.000 US-Soldaten diese radioaktiv verseuchten Gebiete betreten. Traurigerweise haben einige Soldaten in solchen Gegenden sogar bis zu zwei Monate lang kampiert, ohne auch nur das Geringste davon zu ahnen, ohne in irgendeiner Weise gewarnt worden zu sein. Ich wollte nur sagen etwas über die Irakischen, auch. Ich habe gesehen viele Fotos und gesprochen von Leuten, die in den Irak haben. Und ich habe auch Fotos von Bedouins, die in den Dessert zu gehen. Und sie gehen zu den Tanken, und ich habe Fotos von ihnen, bei einem Vergleich der Sterbeziffer, das heißt, wenn wir die Zahl der an Krebs gestorbenen Patienten betrachten, ist festzustellen, dass wir 1988 lediglich 34 solcher Patienten hatten. 1998 hatten wir jedoch 428 Patienten, die an Krebs starben. Krebsarten, die sonst nur bei älteren Menschen auftreten, stellen wir heute auch in jüngeren Altersgruppen fest. Krebs und Tod ereilen die Kinder sogar noch vor ihrer Geburt. In der Kinderklinik beträgt die erschreckende Zahl missgebildeter Babys ein bis zwei pro Tag. Wer trägt die Verantwortung? Es waren die USA, die auf höchster Ebene die Entscheidung trafen, U-238, wie die aus abgereicherten Uran bestehende Munition bezeichnet wird, herzustellen und einzusetzen. Aus gutem Grund leugnet das Pentagon die Giftigkeit von Uranabfall und die Verseuchung sowohl der Menschen im Kriegsgebiet als auch der alliierten Streitkräfte. Sie können heute nicht zugeben, dass viele von uns krank sind, dass die Irakis krank sind. Und dafür gibt es nur zwei Gründe, die Verantwortung und das Geld, um den in der Welt angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Eine ärztliche Untersuchung und Behandlung ist den meisten Golfkriegsveteranen erst verspätet oder gar nicht gewährt worden, um weder die moralische Verantwortung noch die Kosten hierfür übernehmen zu müssen. Die Armee hat drei Jahre lang versucht, mich ohne Pension aus dem Dienst zu entlassen. Sie hat mich einfach rausgeworfen und wollte die Verantwortung für meinen Gesundheitszustand nicht übernehmen. So schockierend und beunruhigend das ist. Diese Haltung des Pentagons ist nicht neu. Der Einsatz von radioaktiv verseuchtem Abfall, der von den Militärs als abgereichertes Uran bezeichnet wird, ist ein weiteres trauriges Kapitel in der langen und peinvollen Geschichte des amerikanischen Militärs. Während des Zweiten Weltkriegs, sowie kurz danach, wurde hunderten US-Soldaten befohlen, sich ins Freie zu begeben, um der Zündung von Atombomben beizuwohnen. Viele dieser ehemaligen Soldaten haben sich erst in den 90er Jahren zu Wort gemeldet und aufgrund der Tatsache, dass sie als menschliche Versuchskaninchen eingesetzt wurden, finanzielle Entschädigung gefordert. Während der 60er und 70er Jahre setzten die US-Militärs ein Entlaubungsmittel mit dem Namen Agent Orange ein, das den tödlichen, krebserregenden Stoff Dioxin enthält. Dieses Mittel wurde über Bäumen und Sträuchern in Vietnam ausgesprüht, um sämtliches Laub zu vernichten. Die Summe der Lügen, die die US-Regierung zu diesem Thema verbreitet hat, ist so ungeheuerlich, dass man es kaum fassen kann. Aber nicht nur in Kuwait und im südlichen Irak ist Munition aus abgereichertem Uran zum Einsatz gekommen. Auch im ganzen Kosovo und in Serbien wurde sie verwendet. Zudem wird sie tagtäglich zu Übungszwecken, beispielsweise in Vieques in Puerto Rico und Okinawa in Japan abgefeuert, ohne dass die örtliche Bevölkerung in irgendeiner Weise gewarnt wird. Bis heute sind es insgesamt 15 Länder, die Munition aus radioaktivem Abfall besitzen, verfeuern und sie bereitwillig jedem verkaufen, der sie haben möchte. Wir dürfen die Schlachtfelder nicht mit etwas übersehen, das noch viereinhalb Milliarden Jahre lang gefährlich bleibt. Die Welt muss den Einsatz von Urangeschossen verbieten. Viele weitere Gesetze und internationale Sicherheitsbestimmungen sind noch nötig, damit keine Regierung irgendeinem Volk oder Land der Erde ein solches Martyrium noch einmal aufbürden kann. Das Embargo ist ein ebenso großes Verbrechen am irakischen Volk, wie es von der Invasion Kuwaits gesagt wird. Beides ist kriminell. Beides ist für die Not dieses Volkes verantwortlich. Die Not eines Landes, das Schätze besitzt, eine einzigartige Geschichte, eine gute Zivilisation und eine sehr fortschrittliche Mittelschicht. Aber all das ist nun zerstört. Die Vereinten Nationen brauchen unter anderem ein Kontrollgremium, das gewährleistet, dass die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats nicht gegen internationales Recht verstoßen. Bei der Sanktionsresolution gegen den Irak handelt es sich um eine Entscheidung des Sicherheitsrats, die gegen grundlegendes internationales Recht verstößt, wie es von der Genfer Konvention festgeschrieben wurde. Gesetze, die besagen, dass Zivilisten nicht zur Zielscheibe werden dürfen. Aber genau das tun Sanktionen. Sie richten sich gegen die Zivilbevölkerung. Sie sind eine Verletzung internationalen Rechts. Es muss ein Kontrollmechanismus geschaffen werden, der sicherstellt, dass dies niemals wieder geschieht. Sie sind eine Verletzung internationalen Rechts. 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 Vielen Dank.